Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded und ich bin gar nicht so sicher wo ich das letzte mal aufgehört habe ich glaube das letzte mal hatten wir stimmt das letzte mal hatten wir das Problem mit der mit der Nacht dass wir halt dass die Zombies hier angekommen sind ich habe auch noch ich habe noch ein zwei Tipps gegeben die habe ich jetzt gerade nicht mehr wieder im Kopf wobei ich habe auch so ein bisschen mich umgeschaut auch so den einen oder anderen Livestreamer auf Twitch entdeckt der auch Forever Stranded gespielt hat oder spielt und da konnte ich mir auch so ein zwei Sachen abgucken wie zum Beispiel ich glaube das ist auch über die Kommentare gekommen in den Graben ein Zaun rein zu machen und dann kann das kann sich der Sand da drin nicht mehr stapeln das ist das hat glaube ich auch irgendjemand von euch geschrieben über die Kommentare das fand ich sehr interessant oh ich bin am Burn sehe ich gerade ich sehe gerade ich bin am Brennen und auch Dings hat auch einen Kommentar abgeschrieben äh abgeschrieben geschrieben dass ich mich mehr ans Questbuch halten soll weil da wird mir ja alles erklärt und da kommt das ja auch nach und nach und habt ihr auch recht die Rüstung die ich jetzt jetzt zum Beispiel gemacht habe die kommt ja auch später im Questbuch nochmal vor also hätte ich sie gar nicht ähm also muss ich sie später für das Questbuch auch nochmal machen sprich da müssen wir sie zweimal machen aber es ist nicht so schlimm das werden wir glaube ich überleben so jetzt ist mein Graben erstmal wieder frei jetzt sehe ich erstmal zu dass ich hier wieder rauskomme aus der ganzen Geschichte ähm beziehungsweise ich muss auch zusehen dass ich wieder reinkomme warte ich baue mir mal ich baue mich mal hier rein komplett ohne jetzt großartig zu schauen ähm wo es da jetzt entlang geht oder 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 so zack zack das einmal dahin dann sind da erstmal wieder dann ist es da erstmal safe ich muss oben auch gleich mal gucken wie das da aussieht wie das da dann eigentlich weiter geht so Questbuch mal ins Questbuch reingucken was ist dann eigentlich als nächstes dran wir haben das haben wir komplett das haben wir schon komplett das heißt wir müssen als nächstes uns mal diese ganzen äh Geschirrgeschichten hier bauen ein Juicer haben wir ja schon äh was brauchen wir denn für ein mixing bowl was brauchen wir dafür äh vielleicht können wir das schon machen vielleicht müssen wir da aber auch wieder andere Sachen noch wieder sammeln die wir nicht haben wir brauchen Holz und äh Stick okay das haben wir das ist kein Thema äh zack ich glaube aber ich habe nicht das Material um warte mal wir müssen mal die Schaufel reparieren schon wieder schön abgelenkt ne so jetzt haben wir die Schaufel gleich mal repariert ich wir haben aber nicht das Material für wo ist dann eigentlich mein Crafting Table da ja wir haben aber nicht das Material habe ich keine Stöcker mehr habe ich echt keine Stöckchen das wäre ja das ist ja das ist ja das ist ja merkwürdig okay ähm wir brauchen ein Stöckchen mal ganz kurz ein paar Stück die können wir ja nehmen und wir brauchen normales Holz so jetzt können wir nämlich den Crafting äh den Mixing Pool herstellen dann haben wir den schon mal dann können wir das einmal hier reinlegen ach doch wir können auch äh wir können auch äh wir können auch den Juicer nochmal herstellen dafür brauche ich ja dafür brauche ich ja normales Stone und ne Stone Platte also ich brauche drei Stone insgesamt dafür das ist ja das ist ja weniger das Thema wenn ich denn jetzt genug hätte um das habe ich irgendwo Kohle 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 ah ja da äh ein Stück Kohle bitte ich hätte tatsächlich gerne nur ein Stück Kohle und nicht so viel jetzt habe ich hier was reingezogen was ich gar nicht reinziehen wollte da ist noch Dings weil ich auch nicht so viel halt im Gang haben möchte hier andauernd was Feuer angeht und deswegen will ich da ein bisschen vorsichtiger sein ich mache mal kurz eine Leiter dass ich hier mal hochklettern kann auf mein Raumschiff also eine Treppe eigentlich keine Leiter eine Treppe dass wir uns das hier oben angucken können wie das hier aussieht und auch mal über die Mauer rüber schauen können ich weiß nämlich jetzt nicht ja gut das haben wir schon weggemacht alles klar das haben wir weggemacht das passt soweit ach so ok das ist auf der anderen Seite ja hier sieht das halt noch krass aus ne ich habe halt einen Tipp auch gekriegt ähm dass man sich Zäune in den Graben reinmachen soll denn können da kann da kein kein Sand mehr drinne äh darauf kann sich kein Sand stapeln und dann kann da auch kein Monster mehr rüberkommen ist eigentlich auch eine ganz pfiffige Idee müssen wir mal schauen ich muss auch mal oh das war die Chunk-Geschichte ich wollte ne F8 wollte ich jetzt auch nicht ich wollte F7 drücken und mal schauen wo jetzt eigentlich alles Monster herkommen können und wie wir sehen da gibt es genügend Spawn-Möglichkeiten so einmal kurz wieder ins Wasser rein äh das hat jetzt aber nicht so viel gebracht so nochmal bitte rein ins Wasser so jetzt bringt das erst wieder was ich mache mir mal ein paar Fackeln nicht zu viele und dann werden wir draußen den Bereich mal etwas ja wie soll man sagen soll man sagen ausleuchten das vielleicht also man sieht das ja hier ne da sind überall noch Spawns da ist ein Spawn hier ist auch ein Spawn hier auf der Mauer entlang sind Spawns ne überall sozusagen die müssen natürlich auch entfernt werden ansonsten äh hat man natürlich das Problem dass hier auf der Mauer gegebenenfalls Monster spawnen also jetzt ist auf jeden Fall der innere Bereich schon mal safe das ist schon mal viel wert hab ich eine Axt dabei jo ich hab auch einen Teppichklopfer dabei das ist auch gut dann können wir nämlich sollen wir das abklopfen ja ne ja wir klopfen das mal ab dass wir neue Setzlinge bekommen das ist ja das ist ja auch ne ne wichtige Sache und wir können ja auch genau ich muss mal ich muss mal gleich mal gucken wie viel wie viel Zombiefleisch wir noch haben beziehungsweise verrottetes Fleisch wir noch haben vielleicht können wir das ja auch benutzen um daraus Erde zu machen das ging ja Erde ging ja auch äh Zombiefleisch ging ja auch um verrottete äh verrottete Erde mit verrottetem Fleisch kann man auch ähm Erde machen so voll durcheinander ich will mal kurz kurz hier den Sandkram wegnehmen dass hier mal eine glatte flache Kante ist einfach nur damit es schöner aussieht also Setz ist kein keinerlei einfach nur Optik einfach nur Optik so das hier das nehmen wir auch einmal komplett raus das packen wir mal ein Sandstone rein einfach nur Optik ne Optik Optik so passt damit das hier mal langsam mal ein bisschen Struktur und Form annimmt oh es wird dunkel draußen na ich gehe schlafen bevor wir können only sleep at night only sleep at night ok dann haben wir noch ein bisschen Zeit zum Basteln äh mussten wir das komplett voll machen ja mussten wir komplett voll machen damit wir da Sand rauskriegen jetzt kann ich aber schlafen ne wir können only sleep at night alles klar dann halt nicht dann schlafen wir halt nicht mehr wir ich hätte ich würde gerne noch ein bisschen schlafen aber nö ist nicht dürfen wir nicht mehr doch wir dürfen wahrscheinlich gleich jetzt pass auf so jetzt haben wir erstmal ein bisschen Sand gemacht jetzt können wir schlafen jetzt geht das endlich wieder mit dem Schlafen ey puh ich dachte schon wir können nicht mehr schlafen hier das wäre ja das wäre nicht so schön so wir haben sehr sehr viel Sand mhm auf Tasche das ist mehr oder weniger gut weil aus dem Sand kann man ja später auch irgendwas noch machen sei es nun Sandstone oder 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 ähm wie sieht das aus mit dem Zombiefleisch ich habe nur ne 10 Stück habe ich nur ich habe halt keine keine richtige Monsterfalle oder so in dem Sinne wo ich halt ohne Ende Zombiefleisch äh erfahre ne aber okay das ist dann halt so so die beiden zwei Dinger brauche ich für eine Platte und dann kommt das da rein und dann haben wir den Juicer jetzt haben wir zwar zwei aber für die Quest haben wir es dann wenigstens jetzt erfüllt zack das da rein die ganze Erde schmeiße ich jetzt mal beziehungsweise den ganzen Sand schmeiße ich jetzt erstmal hier rein oder ist noch Sandstone und das kommt auch mal rüber hatte ich das nicht irgendwo schon mal irgendwo doch da ist auch Sandstone noch hier sind sogar Sandstone Slabs die können auch erstmal hier drüben mit rein dass ich das ähm dass ich das an einer Stelle zentral habe so was sagt die Quest jetzt wir haben das wir haben das wir brauchen jetzt ein ähm Mortal on Pistol äh wie stellen wir die denn her und zwar Mortal toll okay da ist er schon ähm wir stellen ihn auch mit geschisselten Stone her also da brauchen wir auch wieder Stone drei Stück warte mal wie sieht das letzte Rezept aus äh für das Cutting Board da brauchen wir wahrscheinlich Eisen ne ähm Cutting Board da ist er naja da brauchen wir ein Stück Eisen also ein ein Eisenbahn aber ich glaube wir haben noch welche ne wir müssten noch welche haben pass mal auf dann legen wir das mal da rein eins zwei drei waren das drei ich weiß es nicht aber wir müssten noch irgendwo habe ich noch irgendwo einen Eisenbarren oder habe ich den das letzte Mal aufgebraucht es kann sein dass ich ihn aufgebraucht habe aber ich habe ja noch ein äh ich habe hier nochmal Iron äh Dust in der Tasche das heißt das können wir gleich raufwerfen und dann haben wir das auch sehr cool ist auch cool dass dadurch dass ich jetzt voll gefressen bin sozusagen äh habe ich keinerlei Probleme mit mit der mit der Essensgeschichte warte mal habe ich die andere Quest schon fertig mit den mit den Würmern äh mit den Würmern essen oh ja das haben wir schon komplett gemacht okay das war das war eine der Vorgängerquests deswegen ist das schon erledigt so okay das haben wir ich bin auch schon wieder ein bisschen abgekühlt sehr schön jetzt haben wir ist Iron fertig ja Iron ist fertig wir können hier nochmal ein bisschen Oak oben reinschmeißen dann kriegen wir noch weiter Holzkohle raus müssen wir ja auch irgendwo haben damit das halt hier weiter vorangeht so jetzt holen wir uns mal das Teil und den Mortar more more so da haben wir den es sind sogar drei die ich dafür brauche ich dachte ich bräuchte nur ich dachte ich bräuchte nur ähm naja ist egal gut das haben wir das passt äh dann können wir diese Geschichte claim haben wir die Quest auch erledigt sehr schön stock drei Stück alles klar was noch spider eye soup lecker äh okay wir schauen uns mal die Rezepte an dafür und zwar war das ja wie ist das stock oder so ist das einfach nur stock da unten ist es dafür brauchen wir Knochen und das in den Pot rein hatte ich denn jetzt einen Pot eigentlich auch gebaut ne einen Pot habe ich ja gar nicht gebaut ne ich habe das gebaut und ich habe das gebaut aber kein Pot ah okay hier ist die Backwaren Dings dazu gekommen hier ist ein bisschen was zu essen dabei rumgekommen jetzt auch bei der ganzen Geschichte das ist eigentlich auch ziemlich nice und hier ist mein zweiter Juicer aber die können wir nicht die können wir nicht stacken das heißt das bleibt erstmal da so stehen ah okay obwohl ah es gibt auch andere Rezepte mit Kupfer oder Stil ja ist alles nicht so berauschend wir haben aber ein bisschen doch Kupfer hätten wir ein bisschen mehr auf Tasche das nehmen wir mit ich bin gerade am Brennen wieder aber wir können ja trotzdem hier reingehen und das Kupfer schon mal zusammenlegen vier Stück ja komm wir machen gleich alle alle sechs dann haben wir das komme ich an den oh ja ich komme da ran sehr cool dann nehmen wir das einmal raus dann kommt der da rein und wir schmelzen das Kupfer mal durch so ich kühle gerade wieder runter sehr schön auch cool auch cool wieder runter zu kühlen wie sieht das hier draußen aus oh hier draußen sieht das wieder gut aus das heißt wir können mal wieder ein Bäumchen abschlagen und ein bisschen ein bisschen schauen dass wir hier ein bisschen was zusammen kriegen ich weiß gar nicht ob ihr es wusstet ich weiß ja nicht wer wer von euch wie was hier verfolgt auf diesem Channel aber ich bin jetzt ja bei Minecraft Doors mit bei ich habe das ja im täglichen MP also im täglichen Bauernhof MP schon gesagt ja ich bin jetzt bei Minecraft Doors dabei da freue ich mich echt drauf habe ich richtig Bock drauf und ich hoffe ich sehe euch auch alle sehr sehr häufig in dem Projekt sei es jetzt in den Livestreams oder halt bei den Videos für die Videos ich glaube wenn ich das jetzt erzähle läuft das ja schon alles ich nehme das ja so ein bisschen ich nehme das ja so ein bisschen im Vorhinein auf vielleicht ist es auch gar nicht mehr so jetzt ne alles klar also ich hoffe ihr genießt das Minecraft Doors Projekt ich hoffe ihr genießt es weil ich habe da echt sehr sehr viel Bock drauf und ich bin gespannt wie es vonstatten geht und ja ich bin sehr 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 gespannt was das alles angeht was kostet denn was brauchen wir denn für dieses Spider Eye Spider Eye Spider Eye so Pussy aber Spider habe ich doch richtig geschrieben ne Spider Eye ist das hier die Spider Eye Soup ja ok ah ok dafür brauchen wir das und das haben wir wie viel wie viel soll ich davon herstellen drei haben wir drei Spinnenaugen habe ich so viele Spinnen schon getötet ne das sieht nicht da noch aus ne das sieht echt nicht da noch aus und ne es sieht tatsächlich nicht so aus das ist ja krass da müssen wir ja ein bisschen da müssen wir ja gucken dass wir ein paar Spinnen gefarmt bekommen so wir brauchen auf jeden Fall jetzt so ein Pot ne das war ja das waren ja die vier und dann den dann haben wir den Pot zusammen und jetzt können wir ja das andere hieß es ist die Stock Stock genau so da brauche ich einfach nur Knochen also Knochen reicht auch schon ok wenn es wenn es wenn es denn schmeckt warum nicht äh wo sind die Knochen waren die da vorne dran ah ja guck mal hier eins zwei drei ne ich brauche nur einen davon es kommen ja drei dabei raus war das nicht so und drei brauche ich für brauche ich für die Quest wenn ich jetzt richtig bin ja genau die drei haben wir das heißt wir brauchen jetzt eigentlich auch nur ein Spinnenei aber äh ein Spinnenei Spinnauge aber das habe ich auch nicht ne das habe ich auch nicht ok dann müssten wir mal ja ist halt die Frage sollen wir mal eine Runde wach bleiben damit wir gegebenenfalls ein paar Spinnen pullen äh dass hier insgesamt ein bisschen was gepullt wird wir sollten vielleicht vorher unsere Mauer fertig machen ne naja pass mal auf das machen wir mal und zwar das weg das weg das weg dann nehme ich mal die ganz normale Sandgeschichte und es ist schon wieder sehr warm das heißt ich würde mich einmal noch mal ganz kurz ins Becken reinstellen damit wir abkühlen so das haben wir denn und was ist das hier äh ähm äh ich soll Rice Seed finden glaube ich und ja Rice and Rice Seed achso ok dafür muss ich dann aber erstmal die Setzlinge haben ne bekomme ich wahrscheinlich habe ich sie bekommen ne habe ich nicht hm mal gucken wo ich die herbekomme vielleicht werden wir die Senden irgendwann finden das ist schon komplett tue die complete äh ok jetzt ist ok hier brauche ich das muss ich auch noch machen Das heißt, wir müssen noch mal unsere Würmchen losschicken, damit sie so ein Bäumchen infizieren. Sollen wir das hier gleich machen? Das könnten wir eigentlich tun, ne? Ja, dann können wir das gleich mal draufschicken. Zack, zack. Wir haben ja noch genug Setzlinge. Also von dem her ist das kein Thema, wenn wir das denn machen. So. Achso, ich wollte die Mauer weiterbauen. Ich hoffe, dass ich so... Ne, bin ich nicht rübergekommen. Nein, zu klein. Einfach zu klein. Genau, die Mauer wollte ich weiterbauen. Ah, nicht laufen. Am besten nicht laufen. Damit, wenn denn hier irgendwelche Spinnen oder so vorbeikommen wollen, dass sie dann auch keine Probleme haben. Ja, ist natürlich hier jetzt auch ein bisschen doof, dass hier so viel Sand angehäuft ist, ne? Das müssen wir jetzt natürlich erstmal einmal wegmachen. Ja, dann bleiben wir nämlich einmal eine Nacht wach. Gucken wir mal, was so alles spawnt. Außenrum. Und dann können wir ja gegebenenfalls... Oh, ist kaputt gegangen. Und dann können wir ja gegebenenfalls... Ah, das war tatsächlich nur Wind von einer Seite. Und dementsprechend... Dementsprechend ist das auch... Das ist ja cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von der Spielmechanik, dass das so cool funktioniert. Dass wenn da nur... Wenn Wind von der einen Seite kommt, dass auch nur an der Seite sich... Ja, Erde anhäuft. Das ist ja witzig. Oh, da waren anscheinend noch... Da war noch Sand. Beziehungsweise hier ist noch Sand. Das ist aber schön, dass das wenigstens ordentlich wegfliegt, ne? Auch wenn ich jetzt hier meine Steinspitzhacke dafür opfere. Mehr oder weniger. Ja, ich kann diese Nacht noch nicht wach bleiben. Das ist... Ich bin noch nicht so weit. Das wäre auch schöner, wenn ich den Graben noch vorher fertig hätte. Komplett. Ne, wir gehen jetzt nochmal schlafen. Und vielleicht sollten wir auch hier drin den Bereich noch besser ausleuchten. Dass hier auch keine... Kein Spawn mehr ist. Das wirklich nur außerhalb dem Spawn ist. Ich glaube, das ist auch besser, ne? Naja, kann ich jetzt schon... Ne, ich kann noch nicht schlafen. Ich kann noch nicht schlafen. Okay, das kann hier aber... Ne, das können wir noch nicht rausnehmen. Wir werden jetzt erstmal die Sachen hier wieder rüberschmeißen. Sprich, die ganzen... Ähm, die ganzen Sandplättchen mal wieder hier reinschmeißen. Und dadurch... Naja, wieder Sand daraus erzeugen, ne? Ist ja... Ist ja eine gängige Praxis. Sand brauchen wir immer. Sand brauchen wir immer. So, erstmal schön wieder schlafen gehen. Und dann werden wir, glaube ich, jetzt noch gleich ein bisschen an der Mauer weiterarbeiten. Dass die halt... Dass die halt auch besser wird. Ich will, glaube ich... Kann ich... Pass mal auf, ich kann mir doch einen Schaufelkopf auch aus Stein machen, ne? Dann haben wir einen besseren Schaufelkopf. Wir haben ganz schön viel Stein, fällt mir gerade auf. Ach ja, wir haben ja auch einen... Wir haben ja auch einen Dings mittlerweile, ne? Ha! Wir haben ja mittlerweile ein... Äh, wie heißt das? Ein... Kapistongenerator. Siehste? Cool. Habe ich gar nicht... Also, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir einen haben mittlerweile. So. Ich möchte jetzt aber auch nicht laufen. Ne? Das müsst ihr... Müsst ihr mir mal verstehen, bitte. Weil zu laufen wäre jetzt echt so ein bisschen... Das wäre Energieverschwendung. Muss man ganz ehrlich auch sagen. Oh, das wäre Energieverschwendung. Weil, ja, das ist halt nicht gut. So, dann setzen wir mal hier die nächste Reihe. Ich weiß, man kann auch aus Kakteen sich eine schöne Festung bauen. Und sich halt dadurch die ganzen Mobs halt fernhalten, weil die dann halt gegen die Kakteen laufen und dadurch dann gleich sterben und so weiter. Ja, beabsichtige ich auch vielleicht irgendwann mal zu bauen. Momentan bin ich noch so ein bisschen Freestyle-mäßig unterwegs. Hier an der Seite liegt Gott sei Dank nix. Momentan bin ich noch ein bisschen Freestyle-mäßig mit meiner Mauer unterwegs hier. Bis ich da was Besseres habe. Wir müssen das auch auf jeden Fall ausleuchten. Ich glaube, hier werden uns denn nachher später so viele Monster spawnen. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber wir werden mit der Mauer und mit den ganzen Abreißaktionen morgen weitermachen. Ne, nicht morgen, sondern in der nächsten Folge. Also übermorgen quasi. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.